Warum ist meine Zige so fett? So muskulös heftig! Komm, hier bin ich doch vorher ohne Probleme durchgekommen. Ja, ich glaube schon, dass sie ein bisschen fetter ist. Es war schon die ganze Zeit schwer, die Treppen hoch zu gehen, aber so fett war die doch nicht. So muskulös fett, so etwas. Wie nennt man das? Wie soll man das nennen? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, das kann so etwas komplizierter werden. Oh... Dann kann ich hier mit dem Ding mithalten... aber noch nicht. Ttetetete... Ttetete... Oh, ein schöner! Ähm, ähm, okay. Move, jump, ja. Rotate in air. Okay. Ich meine, what? An der Ziege geht's nicht gut, eindeutig. Ich weiß nicht, falls ich falsch mache, aber irgendwas mache ich falsch. Schaut euch die Ziege an. Das ist doch nicht gesund. Oh, traubar. Ha. Muss aufhören, alles Headbutton zu wollen. Ah. Jump, wuhu. Oh. Dass man auch nicht auf den Beinen landen kann. Wieso viel bei der Ziege so monstruös? Oh, wieso? Falls das geplant ist. Okay, aber wieso geht das so schnell dann? Die Ziege hat mich umgestoßen. Oh. Oh, das ist mal eine Ziege, die rein platzt und die Wand dann einfach hochsteigt. Oh, Boat. Kann ich damit fahren? What? Nein. Und wie lenke ich's? Oder fährst du von allein gerade? Wieso fällt das Wort von allein? Oh, wieso ist das so laut? My score ist weg. Fällt mir so auf. It's a trap. Okay. 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 Ich weiß nicht, was ich mit meiner Ziege mache, aber irgendwas mache ich falsch. Also, das ist jetzt nicht normal. Ich sollte aufhören, an diesen Pilzen zu... Oh, das Ohr. Pilzen zu lecken. Das soll ich so wachsen sehen, aber jetzt wächst nichts mehr. Wenn das Tier allgemein groß werden, würde ich's feiern, aber so... Also, was ist das? Das ist doch keine Ziege mehr. Okay. Okay. Ich kann das Teil auch nicht wegstoßen. Schade, ich habe gehofft, es wächst noch weiter. Okay, jetzt habe ich so viel davon gegessen, dass... Oh, da ist noch einer am Wasser. Sag mal bitte, dass die Ziege schwimmen kann. Okay, jetzt bin ich nicht schwimmen, aber... Sie kann nicht schwimmen, sie... Sie schwimmt toll. Wie ist das schön, sie mit den Hintern? Äh, es ist mir schon aufgefallen. Ja. Hätte ich eine echte Ziege, würde sie auch so aussehen. Aber ehrlich, und aus Versehen. Okay, komme ich zurück? Es wird lange dauern. Ich komme bestimmt zurück. Das ist die gesundste Ziege ever. Mit dem gesundesten Schwimmstil. Ich werde runtergezogen. Ich schaue geradeaus, in die Richtung. Sie werde ich zurückgezogen? Oh, das ist jetzt die Strömung, die mich... Ich werde richtig heftig zurückgezogen. Vielleicht bin ich irgendwo noch mit der Zunge dran. Ähm. Angel Goat, okay. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Wieso fliegt er so zurück? Ich will in die Richtung... Nick in A. Okay. Warum liegt da oben eine Ziege? Was? Ich glaube mal. Warum? was war denn jetzt passiert da oben hängt einfach eine ziege rum ich rette dich ok das ist eine normale ziege und das bin ich aber die farbe wird auch ein bisschen ist nachgelassen ich stecke dich wieder gesund wo kommt sie her die ganze zeit schon da rum oder sie kommen zurück wenn ich schwimmen bei laden sicherlich nicht ich habe einen riesen kopf ich bin gespannt und der sagt gerade groß sind die besten pets aber aber nicht das hier wenigstens hat meine farbe aufgehört bin ich jetzt sauber gewaschen oder nein was so sich ist normal auch das ist doch gemeint ich muss mein viel so sehr unter drogen setzen jeden fall ich habe einfach respawn gemacht ja ich glaube dass mit dem rennen wird nichts das ist bestimmt noch irgendwas cooleres als einfach runter zu latschen kann man nicht ein skateboard oder so kriegen ja aber so viel zum thema skateboards davon schon ein kann ich da einfach drauf nein kann ich nicht wie fahre ich da mit dem skateboard hier einfach drauf spring scheinbar ja läuft ich weiß noch nicht was gerade passiert aber das war ein move ich hätte viele von euch können so was nicht so ein hof das dann geht immer noch gegen die wasser langer war okay aber 1 von 31 euro auf der anderen welt ist 30 stück 1 kalt er nicht auf zwei gefunden und 1 von 31 euro auf der anderen welt ist warum stehen jetzt ziegen offenbar ich bin zu hoch weil ich will dass meine ziege wieder normal aussieht also ist normal so was ist oder ähnliches naja ich habe noch zeit das wohl kann ich nicht umkippen also kann meine ziege dann so heftig springen das ist die schwimmmechanik immer noch jetzt gehe ich auf einem jama cool das in der hüpfung Nein! Ist er drin? Ja, bleibt aber drin! Alter, wie hoch will er denn noch springen? Ist doch kein, kein, kein... Gero, aber ich bin da drin. I hate your Kinder! What the fuck? Oh. Jetzt weiß ich, dass ich den Kopf an der Achterbahn stößt. Kannst du nicht, dass es immer höher wird? Und auch wenn, warum? No. Okay. Da ist ein echter Bulle drin. Ähm. Was macht die Frau auf mir? Verstehe ich nicht. Ganz. Ich habe mich darauf gestellt, da kam eine Frau auf mich. Und, und. Egal. Muss man nicht checken. Halt, was ist die Melodie? Ha. Wenigstens das sollte ich da wieder da stehen. Siege mischt die Stadt auf. Sag RTL Bescheid. Put in Hotel. Sogar habt ihr keine Panik gekriegt. Alles cool. Ich seh mich nur um. What? Was geht das? Was geht das? Ha. Haha. Alter. Ich verstehe die ganzen Erfolge zwar nicht, aber das ist wieder eine der Raketen, die mich zum Fliegen bringt, oder? Ich wusste, dass da oben irgendwas ist. Leicht, anstrengend, laut. Oh. Juhu. Auf Wiedersehen, Leute. Nicht zum Wasser. Nicht zum Wasser. Nicht zum Wasser. Nicht zum Wasser. Wow. Oh. 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 Ein Boot. Oh. Oh, da ist ein Pokal drin. So. Jetzt hab ich noch ein Pokal. Oh. Das fällt jetzt aber nicht einfach los. Oh. Muss man wie ein Delphin schwimmen. What? nein nämlich milz ich will zu den pilzen ich will zu den pilzen nein die ganze schwimmt umsonst ich will keine rennen mehr starten das renne ich immer noch oder die zahl geachtet also immer falsch so viel zu brennen ich glaube einfach aber wie was was gehangen an hier und ich kann das boot nicht umdrehen also nebenbei die zunge bleibt dran warum nicht ist das nicht so ich bin bei dem jedes andere auto wäre schrott cute goat Ja, ja. Aber ich vermisse. Ich brauche euch. Nein. Noch ein Ohr. Wieso ist mir das für den Kopf nicht gleich aufgefallen, als ich den ersten gegessen hatte? So. Also, so kann ich nicht mal rumlaufen mit diesem Kopf. Also mit dem normalen blauen Kopf. Dann bin ich hier rausgekommen. Was ist angenommen? Der Rest ist Geschichte. Das mache ich aber nochmal jetzt. Normal ist das witzig. Aber jetzt mit diesem blauen Kopf ist es nicht mehr so cool. So. 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 So.